servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ich hatte euch ja schon erklärt dass es aktuell die möglichkeit gibt für season 4 abzustimmen welches t-set ihr da für eure klasse haben wollt also es heißt es wird mit season 4 keine komplett neuen t-sets geben sondern blizzard lässt die community abstimmen für jede klasse welches war das schönste t-set für euch das wird dann genommen und für jeden speck wird auch noch mal abgestimmt welchen t-set bonus würdet ihr gerne haben und somit kann sich dann teilweise ein relativ individuelles t-set zusammengekleistert werden wo ich noch gespannt bin oder was theoretisch noch nicht fest steht ist wie sie es mit dem aussehen handhaben also nur wenn man beispielsweise für season 1 stimmt bekommt man dann auch genau das in den farbtönen oder macht sich blizzard zumindest die mühe neue farbtöne reinzupacken ich persönlich hoffe dass sie neue farbtöne bringen weil das machen sie zumindest eigentlich immer für eine neue season aber nichtsdestotrotz wir wollen noch nicht zu viel rein interpretieren aber wie gesagt auf diese weise ergeben sich dann teils lustige kombinationen beispielsweise das t-set der eule kann dann aussehen wie das aus season 3 und hat dafür die boni der season 1 während dass der tanks aussieht dann halt auch wie druiden set also das bleibt gleich aber dafür hat es dann die boni aus season 2 oder so also da kann sich tatsächlich relativ viel tun links zum abstimmen packe ich euch in die video beschreibung hier seht ihr die übersicht von blizzard und in diesem video will ich euch einfach noch mal alle 39 t-sets zeigen die wir in diesem addon hatten nach klasse geordnet und dann würde ich sagen gucken wir uns das mal an ach so übrigens beim thema farbe es geht los mit lfr normal heroisch mythisch gladiator und elite also das ist immer dieselbe anordnung nur dass ihr bescheid wisst wir haben dann hier erst mal todesritter aus season 1 ein wie ich finde schönes set season 2 sah auch finde ich persönlich ganz gut aus season 3 ist jetzt auch nicht schlecht alles in allem todesritter würde ich der daumen geht eher nach oben so ein bisschen zwischen mitte und oben wenn ich ehrlich bin dann haben wir als nächstes das müssten wenn ich nicht alles täuscht die evoker sein oder ne dämonenjäger holy shit lol auf jeden fall dämonenjäger season 1 ganz nett season 2 finde ich eher so meh season 3 finde ich auch eher so meh aber auch hier ihr als community könnt für eure klasse natürlich bestimmen was ihr am besten findet dann haben wir den droiden muss ich persönlich sagen damals fand ich das set ganz schön ich habe es ja auch lange getragen mittlerweile finde ich es jetzt nicht mehr so geil season 2 sieht durchaus ganz cool aus hängt aber sehr stark von der farb kombi ab da mochte ich zum beispiel heroisch am liebsten und saison 3 trifft jetzt nicht ganz so meinen geschmack und die farb variante die ich am coolsten finde werde ich nie kriegen wegen pvp aber gut was willst du machen dann haben wir jetzt die evoker das ist season 1 season 2 und dann haben wir hier season 3 hauen mich ehrlich gesagt alle nicht so vom hocker vor allem season 3 nicht aber gut was will man machen so wen haben wir dann hier das müsste hunter sein genau hunter season 1 hunter season 2 das fand ich fürchterlich dieses set wenn ich ehrlich bin eines der schlechtesten ich an allen meinen klassen hatte und hier haben wir hunter season 3 weiter geht es danach mit magier einmal hier season 1 wie immer season 2 das fand ich sehr sehr schön weil mir die schultern und so geleuchtet haben dann season 3 das finde ich wieder sehr sehr hässlich als nächstes ist das mönch ja das ist mönch mönch season 1 mönch season 2 mönch season 3 schreibt mir übrigens gerne den favoriten eurer klasse des addons in die kommentare ich bin sehr gespannt das hier sollte paladin sein ja beim er beim season 1 set weiß ich es immer nicht so genau weil da habe ich noch nicht so viele klassen gespielt später hatte ich dann die sets auf neun klassen selber fast neun klassen also season 1 season 2 ein sehr gelungenes set season 3 geht so dann haben wir priester season 1 priester season 2 und priester season 3 vor allem saison 3 finde ich hier sehr sehr gelungen weiter geht es mit das kann eigentlich nur schurke sein glaube ich oder weil den habe ich weil ich so ein super guter schurke bin tatsächlich noch nie gespielt ja rogue season 1 rogue season 2 rogue season 3 weiter geht es mit schamane season 1 fand ich ein sehr sehr schönes set dann ist season 2 auch nicht schlecht und season 3 finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool deswegen charme fand ich dieses addon eigentlich mit mit den coolsten sets für mich persönlich dann geht es hier weiter das müsste warlock sein hexenmeister und so ist es auch warlock season 1 warlock season 2 und warlock season 3 auch finde ich beidesgehend allesamt ganz gelungen dann haben wir hier noch den krieger zum schluss saison 1 hat mir eben also das hier wo er ausseht wie ein fels saison 2 und zu guter letzt saison 3 bei krieger würde ich auch eher mal sagen da wurde zum teil ganz gut reingeschissen wenn ich ehrlich bin aber gut wie dem auch sei damit danke ich euch vielmals fürs zusehen wie gesagt schreibt euren favorit gerne in die kommentare die abstimmung findet ihr ebenfalls den link dazu in der video beschreibung und damit bis dahin habt eine gute zeit reingehauen